Musik So, ich hab meinen Teil der Abbauung erledigt. Musst du mich hier, jetzt bist du dran. Hier, ich schließe deine Frau. Guten Appetit. Und wir legen in der Zwischenzeit einen Vertrag, wo jeder, was du sagen hast, um die Richtigkeit herrscht. Dann sagen wir, du bist ein Wesen außer dir. Dann sagt er, dass er uns über das Ohr haust. Na dann, Piratenfreunde, jetzt haben wir ja Zeit. Mit dem fetten Schatz müssen wir nicht arbeiten. Da muss ich durch in der Zwischenzeit das Leben sein. Ja. Esterhaken, also E. Esterhaken, also E. Ein Drei-Spitz, also D. Ein E, wie Erbsen, zusammen heißt das Ende. Augenklappe, auch. Säbel, S, zusammen heißt das Aus. Ende aus. Applaus! 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 Applaus Ja, vielen Dank für's Zusehen und jetzt gibt's in der Mensa noch ein bisschen was... Oh, hier kommt das noch mal ein Zeichen. Jetzt gibt's erstmal für den Piraten... Wie ist ihr hier jetzt euch besitzt? Jetzt habt ihr euch jetzt einen Piraten-Sex verdient? Lecker! Danke! 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 Das geht um Zusehen... Eschen! Das ist ein Essen! Eschen! Das sind Kackenzähne für alle... So, und jetzt sind Sie herzlich eingeladen mit uns für Kacklenkuchen und die Mensa zu geben. Applaus